Hallo liebe Abonnenten, hallo YouTube, mein Name ist TomThompson und herzlich willkommen zu einem kurzen und knackigen Ankündigungsvideo. Ihr seht's im Hintergrund schon, es ist mal wieder Livestream-Zeit. Gespielt wird heute Forza 5. Ja, man höre und staune, nach der Rage-Folge heute dachte ich mir so, ich hab so richtig Bock, den Driver-Tarn einfach mal ein paar auf die Glocken zu hauen. Diesmal richtig, wir fahren heute einfach nur die Silber-Pokale auf Gold. Da wo wir noch gar keinen Pokal haben, wird es Zeit, dass wir einen bekommen. Und wo findet das Ganze statt? Wie gewohnt auf meinem Twitch-Kanal. Link zu dem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Los geht das Ganze ab 20 Uhr bis Open End. Lass mal gucken, bis ich keine Lust mehr habe. Ich denke mal so, bis um 11 Uhr werde ich auf jeden Fall machen und dann mal schauen drüber hinaus. Wird's dann vielleicht ein bisschen eng von der Motivation. Ich würde mich freuen, wenn du einschaltest. Ich würde mich freuen, wenn du deinen Kollegen, der vielleicht meine Livestreams auch mag, das Ganze auch Bescheid gibst, weil es ist doch relativ kurzfristig. Aber ja, Spontanität ist manchmal gar nicht mal so schlecht. Also bis um 8 Uhr dann. Ciao, ciao. Euer Tom.